Gut möglich, dass dieser Ford das Auto ist, das zu Ihnen passt. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und eine Automatik. Der Sitzkomfort ist ausgezeichnet und das Auto ist mit nützlichen und angenehmen Extras ausgestattet. So etwa einer Geschwindigkeitsregelanlage, einem Navigationssystem, einem Regensensor und einem Bluetooth-Car-Kit. Dieses Auto verfügt über Xenon-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera und Traktionskontrolle. Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017